Da bist du bald wieder CSGO-Spieler. Was ist mit dem CSGO-Video? Das kann ich dir gleich mal zeigen, wie es ist. Hast du es denn schon geschnitten? Das noch nicht, aber ich kann dir mal zeigen, wie das Footage ist. Warum liegt das Footage denn monatelang einfach nur bei dir rum? Ja, weil ich mir halt noch nicht sicher bin. Wie sicher? Ja, du bist so leise halt und vergleichst den Gamesound am Anfang. Am Anfang? Ja, und danach, ich weiß auch nicht, was ich mir noch mal anziehen. Ja, irgendwas. Ja. Ja? Ne? Ne? Ist tatsächlich so, wie ich meine. Cool. Suche nach mehr Spielen. Wo? Nach mehr? Man könnte gar meinen, wir spielen mehr Spiele. Oh Mann. Ich kann das nicht. Das kippt mich. Jetzt hat's auch wieder. Sicher? Oh! 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 Uuuuua! Erst! Gold! Hast du ihn jetzt nicht genommen? Doch? Nein! Oder? Tja! Oh, schau! In der Miedenweil sind alle Gold geworden! Bitchy-Flee Das sind Platzhalter, 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 das sind Platzhalter. Bist du dir sicher, dass das nicht... Das ist Standard, ja. Habe ich da einfach Standard gelassen? Nein, den Standard, den man kriegt, sieht anders aus als den Platzhalter-Standard. Okay. Gott, kann er nicht irgendwie nach einer Minute einfach sagen, ja, ich finde nichts mehr, wir starten weniger. Ja, er will einfach mal an die Suche neu starten. So wie in allen anderen Halos zuvor. Nein, er cuttet das einfach. Oh ja, geht ja auch. Was spielen wir? Einzelne Bombe? Ich weiß nicht, was ist in der Kuh? Warum wollen die denn alle Grafügel spielen? Ich kenne die ganzen Halo-2-Maps nicht. Ich glaube, das ist eh wurscht. Langsam sollten wir irgendwas drücken. Ja... Ich weiß nicht ganz, warum die Leute hier jetzt unbedingt auf Grafügel spielen wollen. Das Bildchen ist schön. Weil... Grafügel ist so... Ja. Das kann man so mit... Acht bis zwölf Leuten spielen. Aber Victim ist dann, glaube ich, schon zu viel los. Echt? Ja. Vor allem, dass, glaube ich, wieder MP-Starts sind. Nein! Bitte nicht MP-Starts! Wir gucken erstmal, dass wir den Warthog kriegen. Es gibt nur den einen Warthog auf der Map. Und zwei Ghosts oder ein Ghosts. Du bist voran, ich hab keine Ahnung von der Map. Ich weiß nicht mal, wo wir spawnen jetzt. Das ist das Problem. Ja, wenn wir spawnen, dann weißt du, wo wir hin müssen, hoffe ich doch. Ja. Hoffe ich auch. Okay. Los geht's. Aber auf jeden Fall schon mal keine Dingspawns. Du bist beim Warthog. Geh gerade aus, da steht er. Wird geschossen. Wird gut. Okay, ich hab den Motto. Wo bist du? Ich komme hier runter jetzt. Wie erkenne ich eigentlich, wer du bist? Gar nicht. Nein, 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 nein. Fahr weg! Fahr weg! Oh Gott! Oh Gott! Wo stirbt der dich? Scheiße! Nein! Das ist doch nicht wahr! Das kann doch nicht sein, aber wie trifft der denn so gut? Ich hab keine Ahnung von der Map. Führung verloren. Da liegt ne Rock jetzt im Gleiches Gegner Team. Das ist wieder gut. Gott. Okay, ich sehe schon. Du gehst da so ein bisschen durch irgendwie. Und nicht wahr sei auch mal nicht wahr sein. Na, das darf doch nicht wahr sein! Zwei, eins. Kann sein, dass hier Team abgleichende Generierung ist. Team abgleich, was? Ja, man kann doch einstellen in die Settings, dass immer zusammen mit dem Team generiert wird. Kann der Typ aufhören mich anzuschießen? Seriously! Was sich auch nicht verändert hat in dieser ganzen Zeit, dass die Community der letzte Parasitenhaufen ist. Das ist unfassbar, wie ich diese Leute hier hasse. Nicht nur, weil sie einfach ignorant und scheiße sind. Nein! Sie sind auch noch dumm wie Stroh! Und die Benachrichtigungen! Seriously! Du hattest so viel Zeit jetzt! Ja, der hättest mich mal dran erinnert. Warum hänge ich jetzt fest? Friss meinen Staub! Oh Gott! Was machst du denn da? Ich obliterate die mit meinem Ghost. Der neue Wartok ist da. Oh nein! Wo ist nur der? Alle unten ziehen! Soll wir da hingehen? Ja, können wir. Ah, du fährst! Es geht mit der Kamera! Okay, go! Ach, da oben! Weg, das ist mein Geschütz! Das darf doch einfach nicht wahr sein! Echt! Ich hab keine Lust mehr! Keine Lust mehr! Keine Lust mehr! Okay, ich bin... Wenn du wieder zurückfährst... Bei deinem Ghost, wo der steht, ungefähr... Ja... Ein bisschen lauter kann das Game immer noch so... Da! Der Ghost! Oh, dreh dich doch schneller! No! Dann hinter uns war noch einer, glaub' ich. Ne, das war nicht. Da! Da! Da, ein Geschütz wieder! In dem Fenster! Ich seh ihn immer noch. Ich dachte, das krieg ich sie immer noch. Wow! Führung errungen. Das wäre fast ein bisschen zu laut. Soll man sich auf der Aufnahme rausziehen? So ein bisschen leise. Was macht er denn? Hast du das gesehen? Alter ist der bescheuert. Verpiss dich doch endlich aus meinem scheiß Leben. Was hat er getan? Er hätte einfach den Mund aufmachen können und sich die Granate in den Hals stecken. Das wäre genau so effektiv gewesen. Was hat er denn getan? Er hat die Granate einfach in seinen eigenen Fuß geworfen. Einfach so, weil er Lust hatte. Und ich war direkt hinter ihm. Die sind am Vortox-Born. Ganz viele. Ich würde nicht sagen, dass das Gegner-Team koordiniert ist, aber halt wieder so dieses Quäntchen mehr als wir. Ich probieren oder gewinnen wir? Keine Ahnung. Ich weiß nicht welches Team wir sind. Wir gewinnen. Alles. Dann kommt noch was bei mir. Oh, ich hab ihn mit an den Burg umschossen will. Wieso sind das denn viele wieder? Wieso ist mir das vorgegangen? Ich hab gesehen. Ja, der Maid verzieht sich halt wieder. Und dann geht halt auch, obwohl der Typ schon fast Wunschot war. Aber hey. Man kann ja nicht von ihm verlangen irgendwie. Oh Gott. Nicht mal gut zu spielen. Wenigstens schlecht zu spielen. Dabei spiele ich ja miserabel. Ich spiele auch nicht wirklich gut. Boah, es leckt auch. Das ist Elo 2. Das ist wow. Ich bin überwältigt, wie man selbst das verkacken konnte. Das bedeuten die ganzen Medaillen. Du hast gewonnen. Gewonnen. Da konnte man nicht versorgen. Ach, dieser Gott. In Helo 2 ist ja teilweise nicht. Ja, boah, der wird nicht geholt. Wo sind denn hier alle Leute? Au. Au, au. Von wo, wer, wann, warum, bitte? Shit. Wenn ich halt wenigstens raffen würde. Von W oder Bär und wo ja die Spots sind und shit. A bug. Ja, da würde ich meinen weit entfernt. Ja, da würde ich meinen Synden schnauben. Oh, da würde ich ihn nicht nehmen. Hm, einer ist direkt drastend. Oh Gott, und Snipe. Ich höre jetzt zwar. Wo waren die Rockets? Irgendwas? Äh... Mit, äh, Pack. Mit Schwert. Oh Gott, und Snipe. Oh Gott, und Snipe. Oh Gott, und Snipe. Oh. Ich will jetzt auch mal hoch. An den, an den Pylonen. Echt, mit dem Ghost zu treffen ist eine Kunst für sich. Oh Gott, und Snipe. Ja, Pylonen. Oh Gott, und Snipe. Ich werde da angeschnipht. Wo ist denn da? Der Sniper hängt da in dem Tunnel, in der Base. Und einer am Geschützturm, von der Seite. Ich muss ja mal schauen, dass ich irgendwie hochkomme. Der Warthog ist da. Ja, aber die Mates haben die Locked, oder? Da setzt sich gerade einfach. Du stehst auf ner Rocket, das weißt du, oder? Was? Nein. Oh, cool. Scheiße. Bin tot. Versager. 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 So, wo bin ich jetzt hier runtergefallen? Was macht der Ghost wieder? Er stellt sich halt wieder ultimativ schlau an. So, zu kurz ist es hier. Ah, immer mit diesem... Ich hole jetzt die Shrugger nicht mehr. Immer steht irgendwo einer oben, auf einmal. Mit chillen wie alle am Wrack. Hinten, hinter der Brücke, oder? Was ist denn das? An den Silus. Sperrfeuer! Sperrfeuer! Oh, die gehen jetzt alle in den Tunnel zur Base rein. Oh Gott, die wollen wir gucken. Ich habe gerade einer. Guck mal, der gerade herkommt. Wir waren auch noch zu dem... zur Base. Ja, der kommt. Ich stürme gleich. Wo ist denn der überhaupt? Wie ist er denn? Wie kommt man denn? Ausgeschnitten. So. Unser Kerl mit dem Warthog fährt die ganze Zeit immer. Ja. Ja. Da sind wir da alle an. Silus. Nicht alle an. Einer hat zwei. Was macht der denn da nur mit dem Warthog? Soll er halt sich hier jemanden holen? Ja. 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 Da sind wir da. Zwei Minuten. Ja. Scheiße, ich bin wo gedacht. Oh, wie cool. Cool. Ja, cool. Das ist genau jetzt, wo... ... das Ende ist. Anwärter. Du wartest auf etwas. Ich warte auf etwas ab. Hm. Hm. Naja, gut. Ja, alles und alle war's. Ja, das ist... Ich hoffe einfach mal, dass... ... DirectX und Windows 10... ... da irgendwas machen, aber so... Ja, es wäre allein schon toll. Sie sollen eine bessere Konsole rausbringen, eine bessere One... ... mit besserer Hardware, aber diese Hardware... ... von mir aus muss die gar nicht in die Games gehen. Ich bin schon ganz zufrieden, so wie es aussieht, ja? Aber bitte, macht das Menü schneller! Bitte! Wow! So, jetzt wird das erstmal... ...grau. Jetzt lädt sich was! Jetzt fängt er an zu laden! Okay, es sind viele Erfolge, aber... ... davon wusste Microsoft. Und er lädt immer noch! Insofern sich jemand abstürzt, das könnte auch noch passieren. Vor allem, dass du eingestellt hast, ... dass er dir alle Freunde zeigt, ... die online gehen. Ja. Ja, aber jetzt hat er es geladen, ... das hat nur eine geschlagene Minute gedauert, glaube ich. Das heißt, wir beenden es den Schluss. Chantress sagt der Quert! Adieu! Genau. Zumindest der Ischmann. Oh Mann!